Wie gelingt die Energiewende? Mit gigantischen Windparks, tausenden Kilometern von Leitungen, neuster Computertechnik und leistungsfähigen Serverparks? Mit Verzicht? Die Energiewende beginnt in unseren Köpfen. Mit neuem Denken, mit Ideen, mit Innovationen von Ingenieuren, Experten, Forschern, Vordenkern. Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der Energiewende meistern. Globale Wirtschaft braucht Energie, die sie antreibt. Die DKE denkt mit. An Ideen, wie Energie effizienter genutzt werden kann. Wie man aus weniger Strom mehr Licht macht. Sonne und Wasser sind die Quellen des Lebens. Die DKE denkt mit. Um Energiequellen aus Sonne, Wasserkraft und Biomasse nachhaltig zu nutzen. Um mit klaren Standards zur Versorgungssicherheit beizutragen und Innovationen zum Durchbruch zu verhelfen. IT durchdringt unsere Welt. Die DKE denkt mit. Damit IT unser Leben nicht nur bequemer macht, sondern uns hilft, Strom zu sparen und noch effizienter mit Energie umzugehen. Die Idee, ein Auto zu bauen, entstand in einem klugen Kopf. Die DKE denkt mit. Wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Welche Antriebskonzepte sicher sind und wie Fortschritt energieeffizient gestaltet wird. Rund ein Viertel der Erde ist Wüste. Die DKE denkt mit. Damit Energiechancen weltweit genutzt werden. Energie dorthin transportiert wird, wo sie gebraucht wird und neue Märkte entstehen. Die DKE bietet die Plattform für Experten, Denker und Innovatoren. Damit wir gemeinsam neue Ideen finden, sich die besseren Ideen durchsetzen und die besten zu Normen und Standards werden. Energieideen. Made in Germany. likelihood wird, be longe zu einer Zeit Was soll für eineindre componore, Herz кадры